So, und jetzt kommen wir mal zu den Akkorden von der Geburtstagsparty Beckerladen. Da hatten wir E-Dur, A-Dur und H7. Also, wir starten mal mit E-Dur. Das ist ja ähnlich wie E-Moll, haben wir diese beiden Finger wieder liegen auf der A-Seite im zweiten Bund, D-Seite, zweiter Bund, zweiter und dritter Finger. Jetzt brauche ich aber hier den Zeigefinger dazu, und zwar hier. Das ist der Ton Gis, ja, kannst du es so sehen. Denn wenn ich die anderen Finger dazu lege, kannst du es nicht mehr richtig sehen. Also hier, G-Seite, erster Bund, ist der Ton Gis, also da hast du E-Dur. Wie gesagt, die Akkorde habe ich ja erklärt. So, also, jetzt will ich hin zu A-Dur. Jetzt lasse ich wieder locker. Jetzt ist die Frage, wo müssen die Finger hin? Der Zeigefinger, der hat den weitesten Weg, der geht jetzt hier zur D-Seite, das ist der Ton E, in den zweiten Bund. Der zweite Finger geht auf die G-Seite in den zweiten Bund und der dritte Finger auf die H-Seite in den zweiten Bund. Da habe ich A-Dur. So, also nochmal, ich gehe von E, ja, hier war der Zeigefinger, E. Der Zeigefinger geht jetzt hier hin, auf die D-Seite, so. Nochmal, also da, und dann geht er da hin, so. Und ich lasse die Finger wirklich gleichzeitig rübergehen, wenn es geht. Mach das langsam, so. Wo müssen die Finger hin? Das ist immer die große Frage, ja, zack, da hin. Und das machst du ganz ohne Klang, ganz locker, so. E-Dur und hier hin. Okay, jetzt mal mit Klang. Locker lassen und wechseln zu A-Dur. So, kannst du es sehen. Und dann mal wieder zurück. Und dann mal wieder wechseln. Hier hin. A-Dur schlage ich von der A-Seite aus an. Okay. Und jetzt gehe ich zu H7. Da muss der Zeigefinger hier hin, D-Seite. Er geht vom zweiten Bund D-Seite in den ersten Bund D-Seite. Der Zeigefinger. Der zweite Finger, Mittelfinger, geht auf die A-Seite in den zweiten Bund. Also wandert von A zu hier, zur A-Seite. Dann geht der dritte Finger auf die G-Seite in den zweiten Bund. Und der vierte Finger kommt jetzt auch zum Einsatz. Kommt auf die hohe E-Seite in den zweiten Bund. Okay, ich lasse mal locker. Also, von A-Dur gehe ich jetzt ohne Kraft zu H7. Dahin, dahin. Das braucht schon ein bisschen Geduld. Aber je leichter du das machst, also ohne Anstrengung, umso besser. Das Ziel ist ja, die Finger sollen wissen, wo sie hingehen. Dass ich nachher sozusagen mich mit jemandem unterhalten kann. Und trotzdem den Akkord spielen kann. Besser ist aber noch, als ich unterhalten beim Spielen, ist einfach singen. Oder mit jemandem zusammen musizieren. Und den kann ich auch mal angucken, wenn ich spiele. Auch nicht schlecht. Wenn ich jetzt immer auf die Seiten gucken muss, sehe ich die anderen gar nicht, wie sie spielen. Okay. Aber lasst dir Zeit. Ich mache es nochmal mit Klang. E-Dur. Und A-Dur. Und H7. Und da ist es leicht, wieder zurück zur E zu gehen. Weil der kann liegen bleiben hier. Und den, von der D-Seite gehe ich zur G-Seite. Auch bleibt im ersten Bund. Und geht dann zu E. So, jetzt spiele ich nochmal alles. E-Dur. A-Dur. Jetzt kommt H7. Lass dir Zeit. Leg die Finger hin und wechseln. Und wieder zur E. Du nimmst dir erstmal vier Takte vor. Also Hand entspannen und das Ganze nochmal. Luft holen nicht vergessen. Und ausatmen auch nicht vergessen. Also. Zudrücken. E-Dur. Locker lassen. Und wechseln zu A-Dur. Deine Finger mal weg, dass du es sehen kannst. Und ruhig atmen. Und wieder wechseln zu H7. Und jetzt geht es wieder zurück zur E-Dur. Ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier. E-Dur. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. H7, zwei, drei, vier. Und E-Dur, drei, vier. Und Stopp. Okay. Das probier mal.